Auffahr-Unfälle sind mit die häufigsten Unfälle, die durch die Unachtsamkeit von Autofahrern verursacht werden. Das Mobileye-System überprüft kontinuierlich den Bereich vor Ihrem Fahrzeug und erkennt alle Arten von Fahrzeugen in der Fahrtrichtung Ihres Fahrzeugs, einschließlich Motorräder. Das System berechnet die relative Geschwindigkeit und gibt in kritischen Situationen sowohl eine visuelle als auch akustische Warnung zu einer bevorstehenden Kollision mit dem vorausfahrenden Fahrzeug aus. Das System kann eine Warnung bis zu 2,7 Sekunden vor dem Aufprall ausgeben, sowohl in der Stadt als auch auf der Autobahn. Mobileye. Our Vision. Your Safety.